Gehst du in die Schule, darfst du nicht vergessen, jeder in der Pause sollte irgendwas essen. Hier ein bisschen Riegel, da ein kleines Snack, ehe du nicht versiehst, ist der Hunger auch schon weg. Die Feschmardose war jeden Tag gefüllt mit einem leckeren Pausenbrot, ein bisschen Gemüse und etwas Obst. Aber heute wurde sie vergessen. Da lag sie ganz alleine und wusste nicht weiter. Da kam ein Igel und schnupperte an der Dose. Ich schlupste sie mit seiner Schnurze immer ein Stück weiter. Plötzlich fiel die Feschmardose in einen Gulli. Sie fällt immer tiefer hinunter. Im Gulli ist es dunkel, unheimlich, laut und eklig. Sie bewegt sich immer weiter und sieht ganz komische und dreckige Sachen. Ihr wird ganz ungel. Auf einmal merkt sie, dass es in ihr blubberte. Sie wurde immer dicker und dicker, bis es schnallt und die Feschmardose explodiert. Die Gulli zahlte herbei und spritzte die Feschmardose wieder sauber. So, jetzt wieder blitzeblank und freut sich schon auf das neue, leckere Pausenbrot. Gut. Was willst du auf deinem Stuhlbrot? Was wird es dir geplant? Wo siehst du nicht genug von? Was schmeckt dir richtig gut? Ich hätt gern ganz viel Ketchup mit reichlich Schokolade und dann ein bisschen Milchreis mit Curry und Zahnarmen. Oh, mein Pausenbrot ist lecker. Oh, so richtig für kein Schmecker. Oh, mein Pausenbrot ist lecker. Oh, mein Pausenbrot ist lecker. Oh, mein Pausenbrot ist lecker. Was würde dir gefallen? Worauf hast du heute wonach? Was darf es für dich sein? Ich hätte gern Mangelhabe und dann...